Die Tat wurde mit besonderer Brutalität und Heimtücke ausgeführt. Das Opfer war artlos und wehrlos. Während der Urteilsverkündung war es mucksmäuschenstill im Gerichtsseil. Der Angeklagte wurde von allen Punkten freigesprochen, was die Anwesenden ebenso wie mich sehr entsetzte. Ich freue mich, welche Geschäfte machen. Das ist meine Kohle dabei. Das Geschäft läuft gut. Nun kann ich es mir locker leisten, den Mord an meinem Mann aufklären zu lassen. Was ist nun? Nehmen Sie den Auftrag an? Trauen Sie sich das zu? Hermann Friedrich war ein richtiger Schweinemord und muss seine Schweine geliebt haben. Zumindest bezieht sich das auch auf verschiedene Zeugnummern. Irgendwas Interessantes dabei? Ja, das geht richtig los. Ja, fang an. Ich war jetzt für jetzt, warum du hier bist. Ich war jetzt für jetzt. Warum du hier bist? Ja. Das hat mich dann für heute wieder erledigt. Ich war es für heute. Und dass du keine Kraft hat. Und dass du nur noch kann, dass du die K Nana ist. Ich war es da und ich glaube, es war zu mei. Ich war es für heute. Und das hat nicht einfach, Ich war es für heute. In mir, das war jetzt für heute. Jetzt wissen sie es. Soll er leben oder sterben? Er soll sterben.